Wenn man Wäsche aufhängt und allgemein diese kleinen Socken vom Wäscheständer runterfallen, dann legt er die immer auf und bringt mir meine Hausschuhe und solche Sachen. Also ein ganz toller Hund, da erledige ich ja gerade sein Geschäft. Und wo wir bei Parkgesprächen sind, hat man natürlich immer eine Tüte. Wunderbar. Das wäre super, wenn Sie das gleich machen würden, wäre das auch für den Bericht zu folgen. Oh, so ein schönes Tütchen auch. Riecht nach Rose. Gibt's heutzutage. Auch Rose. Gewöhnt werden. Wollen Sie mich gleich? Ja. Wissen wir. Haben wir heute ein Glück. Frisch gemacht. Da ist er schon weg. Ja. Ach, da ist es. Das ist das Merk des Morgens. Das ist sozusagen. Ich glaube. Das ist das Merk des Morgens. Das ist immer, wir haben in einer Stung. Ordnung. Bis zum nächsten Mal, Dabr.